Hallo Tim! Warte, Tim! Hallo! Einfach noch so übertrieben! Hallo! Bonio, meine Freunde der Leichen und Seichen und Unterhaltung! Willkommen zurück zu einer Runde Fletch! Heute zusammen mit Tims... Hallo Tims! Heute dem echten Tim, nicht wie vor ein paar Tagen, dem natürlich sehr falschen und super toll gefakten Tim, den ihr alle so gemocht habt, 1200 Dislikes an der Stelle mal, war eine tolle Zeit, auf jeden Fall, merke ich auf jeden Fall, was ich nicht mehr machen sollte. Tim und ich haben uns aber nach wie vor eigentlich sehr gern. Bin ja großer Tim-Fan. Wie, nicht mehr jetzt? Wenn das Geld stimmt, dann ja. Wie viel willst du jetzt dafür, für so ein Video mit mir? Haben wir doch vorabgesprochen, oder nicht? Wie viel wolltest du? Dreieinhalb. Dreieinhalb? Okay, ich weiß nicht mal, ob ich so viele Cent hier habe, aber du kriegst die auf jeden Fall. Gut, ja, Tim und ich nach langer Zeit mal wieder hier am Aufnehmen Unsere Gebete wurden erhöht, neue Fletch-Maps und die heißt Again and Again und ist eine einfache Map, deswegen müssen wir mal gucken, dass ich jetzt hier... Ist doch super kurz. ...Tim hier irgendwie in irgendeiner Form schnell... Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Nein! Ah! Warum soll ich es nicht? Ich bin nicht mehr bei uns zum Holz... Doch jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich gerade konzentrieren. Weil du gesagt hast, die ist super kurz. Stimmt das? Ja, gleich ist schon das Ziel, glaube ich. Okay, gut. Dann muss ich natürlich jetzt mal reinhauen. Gut, jetzt machen wir es lieber... Geh mal auf sachte, Leute. Geh mal auf Nummer sachte. Oh Gott. Ja, ja, dahinter ist jetzt eine Holzplatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh. Wichst du mal für den Holz? Okay, die war wirklich sehr kurz, tatsächlich. Wir konnten noch gar nicht klären, was wir klären wollten. Wie viel Geld du wirklich kriegst? Keine Ahnung. Hä? Aber Moment, hier geht es ja nochmal weiter. Deswegen heißt die bestimmt Again and Again. Nee, keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall von der Map. Ich glaube, wir gucken uns einmal der schweren an, denn es gibt noch schwere Maps. So, es geht weiter. Map heißt Endline. Endline ist eine große Bibliothek im Dunkeln augenscheinlich. Interessant. Das ist jetzt eine schwere Map. Es gibt irgendwie richtig viele schwere Maps, Tim und ich. Keine großen Fans der schweren Maps. Oh nein. War das falsch, ne? Wo muss man denn da hin? Genau da, wo ich reingesprungen bin. Echt? Nee. Ja. Das ist Unsinn. Doch, doch, mach. Das ist Unsinn, Tim. Tu es. Tu es. Nein. Oh Gott. Nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nicht geschrien. Kaum geschrien, Leute. Alles easy. Komme ich da noch rein jetzt? Ah. Frap. Frappuccino. Frap. Äh. Okay, jetzt bin ich hier. Habe ich auch schon gespielt? Ja, hast du gespielt? Echt? Ja, ich kenne die. Warum spielst du das immer ohne mich, Tim? Ich dachte, wir wären Duo hier. Ich dachte, wir würden das machen. Ich wundere mich, dass ich die kenne. Aber ist die denn so neu? Aber, aber, Moment. Genau, wir wollten ja noch was Wichtiges klären. Haben wir jetzt Streit wegen diesem Stegi-Video oder nicht? Ja. Wie ja? Ja. Warum? Ich möchte keinen Streit mit dir haben. Was kann ich machen, um das zu machen? Ich mag nichts ohne mein Anwalt. Okay. Wer ist dein Anwalt? Das würdest du gern wissen, ne? Ja. Darum bist du schon, Alter. Wie heißt der Anwalt? Herr Anwalt. Heißen noch alle Anwälte. Herr Anwalt. Okay, alles gut. Oh nein, nein, nein. Ach, bitte nicht. Ach, Fick. Ey, es ist doch echt. Wenn der letzte Sprung dann wieder so übel, äh, schwer ist, ne? Muss man auch einfach mal dieses ekelhafte Wort mit einbauen. Es ist wirklich ekelhaft schwer. Ach, Mann. Das ist echt. Okay. You wake up. Okay. Flawless. Kennst du das? Okay. Von Beyoncé. Was? Nein. Flawless. Nein. Ach, come on. Hab ich gerade angeguckt. Gibt so ein Live- Bist du auch mal ein Checkpoint? Bist du auf dem Dach? Bitte bist du nicht auf dem Dach. Dach auch. Ach, Tim. Das ist echt nicht mehr cool. Oh Gott. Oh nein. Jetzt, oh, jetzt werden die hoch sterben. Alter, da oben ist kein Checkpoint. Echt, bist du wieder unten? Yeah, nice. Okay. Ja, schwer ist halt auch echt zu schwer. So, Tim und ich, wir haben es mal gesagt und wir sagen es gerne wieder. Schwer ist einfach zu schwer. Ha, okay, ich bin drauf. Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Wo muss man lang? Auf das, auf das Tier? Gibt es da einen Checkpoint? Da ist ein Checkpoint. Da hinten doch direkt. Hä? Lernst du auf? Ja, nein. Oh mein Gott, bin ich doof. Oh. Oh. Okay. Oh Mann, okay. Aber hast du, hast du den Checkpoint gesehen? Nein, nein. Nee, wenn du da oben drauf stehst, direkt, also du springst ja dann auf das Orange, ne? Ne? Ja, und da ist ein Checkpoint. Ja, das sieht man direkt von, wenn man da oben steht. Also ich habe meine Render Distance gar nicht so hoch. Ey, das kann echt nicht sein, ne? Wenn wir jetzt wieder hier drin hängen, Tim. Immer auf diesen, Mann! Auf diesen schweren Maps. Obwohl, ich muss es noch sagen, bis dato geht es, glaube ich, eigentlich. Die Sprünge sind halt nur einfach echt doof. So, komm. Du bist doof. 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 Machär? Makrele. Ach, stimmt. Hörst du doch. Ha! Okay, alles gut. So. 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 Okay. Und so. Oh, dieser Sprung raus, ne? Nein! Oh! Entschuldigung. Alles gut. Wir kommen runter, Leute. Und ich überlege gerade schon wieder, zwanghaft zu cutten, bis ich mal da oben drauf bin. Okay. Wieder aus. Und hier sieht man jetzt ein Checkpoint? Ja, ja. Da ist doch das orange Ding, ne? In die Richtung gucken. Ja. Direkt dahinter. Bisschen rechts dahinter. Hä? Hinter dem Checkpoint. Äh, hinter dem orangenen Ding, wo du jetzt drauf springen kannst. Ich sehe kein Checkpoint. Da sind auf jeden Fall so Steinplatten. Dreck, weil, das hat man direkt gesehen. Das war nicht so weit weg. Ach, da! So. Ah. Okay. Ah. Ich möchte einfach nur hier raus, bitte. Bitte lass mich doch einfach nur hier raus. Und? Fick! Uh! Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus, Tim. Ich cut die Scheiße jetzt. Ich cut den Scheiß. Oh, ich bin draußen. Okay. Langsam läuft's. Gut. Ich wollte das jetzt auch hoffentlich hinkriegen. So, gucken wir mal. Und? Checkpoint. Habe mal das. Nicht auf die roten Sachen. Bist du oben drauf? Ja. Sehr gut. Aber ich habe jetzt echt Angst, dass ich hier irgendwas verkackelt. Oh! Oh, knappes Ding. Okay. Fuck, wie soll man denn da drauf kommen? Warte, so. So. Okay. Oh, fuck. Wie bist du denn da drauf gekommen, Tim? Das ist voll weit. Oh, Tim, nee. Ich möchte es nicht. Ich probiere jetzt einfach von hier zu springen. Das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich weiß jetzt schon, dass es nicht funktionieren wird. Der war nicht so weit, der Strom. Also, ich weiß nicht genau, wo du bist, aber... Ah! Nein! Ich hasse es. Oh, Mann. Das ist so eine... Wichsei, Mann. Es ist echt der größte Scheißdreck, Tim. Jetzt bin ich wieder in dem Ei. Es ist doch echt kein Spaß. Also, oh. So eine Scheiß-Map. Also, ganz ehrlich wieder. Können wir nicht mehr einfache Maps bekommen, Bergwerk-Labs-Team? Bitte. Also, nur für uns. Also, das kann doch nicht sein. Nur für Tim und mich. Eine Tim-und-Sturmwaffel-Map. Eine einfache. Teil 1 bis 10. Jeden Tag nur in Höhe. Würde ich bringen. Danke. Also, ach, Mann, ey. Jetzt hier wieder diesen Scheiß-Machen, ne? Was ist das? Das ist eine Oster-Map, oder? Keine Ahnung. Wer ist die denn? Das ist eine Arschloch-Map. Die heißt Endline. Endline heißt die Map. So, jetzt komme ich hier wenigstens raus, weißt du? Jetzt komme ich hier wenigstens mal vernünftig raus. Dann da rüber. So. So. Ja, weißt du, draußen ist ja auch alles cool, aber in diesem Ei drin kriege ich einen Koller inzwischen. Ja, ja. Wo bist du denn drauf gehüpft? Ist die Frage. Also, das ist Orangen hoch, ne? Ja, ja. Und dann quasi geradeaus. Geradeaus. Also, ich glaube, nicht nach links, sondern eher rechts. Rechtslastig, ja, ja. So. Ich glaube, wenn ich da raufkomme, dann habe ich es, Leute. Die Frage ist nur, wie komme ich da rauf? Ah, okay, gut. Müsste ich haben jetzt und... Ja. Ich habe es, Alter. Endlich. Fick mein Leben. Du bist schon bei sechs, okay? Das war echt... Ja, es ist... Also, da wo du jetzt bist, ist es nochmal schwierig und danach wird es halt echt einfach. Große Frage ist, wo man hin muss, ne? Ja. Hier? Ich bin recht weit runter gesprungen, rechts lang. Erstmal verkackt. Ja, guck mal. Hier sieht es echt wieder so cool aus. Aber das sehen dann ganz viele nicht. Ja, klar, weil viele vorher auch schon verzweifeln. Ich meine, ich bin ja auch schon kurz wieder vorm Verzweifeln hier. Aber ich meine, wir haben schon einige Runden gespielt, Tim. Und wenn dieser Spielmodus mir eins beigebracht hat, dann ist es... Wenn du aufgibst, dann hast du schon so gut wie verloren. Weil umso öfter man auch diese Parts spielt, das sind nur vier, fünf Mal, aber du steigerst dich ständig weiter. Deswegen ist das halt so ein Suchtspielmodus von mir. Weil man sich immer weiter steigert und immer ein bisschen weiter kommt meistens. Dann wieder komplett verkackt, dann rastet man aus. Und dann wird es wieder okay. Ach man, ey. Wenn man aus dem Stehen sprinten möchte auf einem Block. No chance, Rosé. Oh, hier ist das Ziel. Oh, ernsthaft? Bitte nicht, bitte nicht, Tim. Ich möchte noch ein bisschen was mitnehmen hier. Okay. Ach man. Also zumindest ein Checkpoint, wo du gesagt hast, das wird wieder einfacher. Weil das kann echt nicht wahr sein. Ich warte am Schwan. Finde ich voll nett. Am Schwan gibt es sogar noch. Ach man. Das hätte ich jetzt auch gerne vernünftig gesehen. Jetzt musst du wieder auf mich warten. Das Ding ist ja schon entschieden. So. So. Da haben wir den. Okay. So, ich streng mich auch an, Tim. Ich streng mich auch an. Ich tue mein Bestes. So. Ach, bei drei bist du schon? Ja. Dann hast du den schwierigen Vater eigentlich hinter dir, glaube ich. Echt schwierig? Aber jetzt ist hier doch noch was. Ich habe das Gefühl, dass es halt wirklich immer einfacher wird. Okay. Und so wie, also die letzten vier Checkpoints waren halt echt cool. Und auch nicht so hart. Okay. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen. Ich werde mal eine ganze Web so. Ein bisschen. Ich werde das echt richtig cool. Ich bin hier gefangen. Okay. Hä? Jetzt bin ich auf so Füßen, Alter. Das ist ja richtig doof. Auf den Füßen? Die Füßen waren es so einfach? Die Füßen. Läuft bei mir. Diese braunen Dinger? Ja. Raub drauf, oder? Oh, okay. Nee, aber da kommt ewig kein Checkpoint. Das ist das Ding. Na, oh Gott, ich bugge. Oh Gott, ich war das knapp. Oh nein! Oh Gott, okay. Alles gut, alles gut. Ey, warum kommt denn hier kein Checkpoint? Okay. Nein, ich habe schon wieder gebackt. Oh, geh ins Ziel. Geh einfach ins Ziel, Tim. Warst du da an so einem Kamin? Nee, in den Fußstapfen von einem Riesen. Und da bugge ich immer. Bei jedem Sprung bin ich da gebackt. So nach hinten. Oh, ich sehe dich. Zurückgebackt. Oh, was war das? Ach, Fußstapfen soll das sein. Also denke ich mal, oder? Ja, ja. So, dann. Weil, also auf den Drauf mit dem Zaun bin ich die ganze Zeit zurückgebackt. Ich habe es auf Aufnahme, ich schwöre. Hm. Hm, geh mal wieder da rüber. Ja, ja, Zäune und Speed. Da tragen sich nicht so gut. Ja, das war nicht so der geilste Shit. Mal hier. Was denn? Hä? Du hast Slimes in dir drin. In mir drin? Ja. So, aber ich hing auch an irgendeinem Teppich, glaube ich. Hier, da, schon wieder. Mann. Es ist doch ein Witz, Leute. Dass sowas passiert, ist echt schade. Naja, das war eine der neuen Maps. Ich glaube, der Tim hat die jetzt auch nochmal gezeigt. In seinem Video, weil ich aufnehme. Und Tim und ich haben keinen Streit mehr, glaube ich. Und das ist schön. Hier ist ein Schwan. Ist das ein Schwan? Ja. Das ist ein... Das ist ein... Doch. Guck mal nach rechts. Ja, okay. War ein bisschen merkwürdig. Das sind die neuen Maps. Ich hoffe, es gibt nochmal irgendwann einfachere Maps. Guckt auf Bergwerk Labs vorbei. Und beim lieben Tim, der ist in der Beschreibung verlegt, ist der beste PvP-Spieler Deutschlands. Und ja, glaube ich. Tschüss.